So, hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Special Anno 2070, die Neoskars Grease. Mir ist doch tatsächlich in der letzten Aufnahme Scraps abgeschmiert, äh, nicht Scraps, sondern Fraps abgeschmiert. Allerdings hat nicht viel gefehlt, es hat nur die Abmoderationen und dass wir ein weiteres Schiff gebaut haben. Das hat gefehlt, aber sonst ist eigentlich nichts... Ja, das war es eigentlich alles. Und ich sehe gerade, wir haben wieder keinen Sound, weil das ist ein wenig doof. Ich muss das immer umstellen, weil da sich das irgendwie nicht speichert. Aber gut, zurück zum Spiel. Wir haben hier, das Schiff ist bald fertig. Und ich hoffe, dass meine Schiffe unterstützend wirken. Ich kann hier noch Reparaturteile dazwischen bauen. Am besten hier so dran. Meine Rede! Der Zweck heiligt die Mittel! Ja. So, dann wird das Schiff nämlich auch gleich repariert, falls es angegriffen werden sollte. Wahrscheinlich kommen da jetzt gleich wieder mit 50.000 Schiffen. Ja, ha, 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 ha. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. What the fuck? Wie viel Munition habe ich? Fünf Ich glaube ich reiße hier Diese hier wieder ab, damit das Habe ich jetzt gerade Keine Baukostenrückerstattung Haben wir keine Baukostenrückerstattung Na super So Mal schauen Der hat hier vier Dann bauen wir Ich könnte hier noch Einen Basaltbrecher hinbauen Oder ne einfach nur ein Ein Schmelzwerk So Weil wir so viel Granulat haben Gut Die haben nachher relativ große Reichweite Das Schiff selber Na Wieso sieht man das jetzt nicht Komisch Normal sieht man das Den geht's auch gut Dann lassen wir die weiter aufsteigen Und überlegen Und überlegen schon mal Ob wir das hier einfach so reinklatschen Hier in die Mitte Da reiße ich dann die vier Häuser da ab So Damit wir das da reinbauen können Und das gibt mehr Steuern Kostet zwar auch mehr Aber es ist Die Nachbarn finden auch, dass wir es hier gut getroffen haben Halt die Klappe Ich bin jetzt gerade ein wenig Gestresst Weil Die Anzahl der feindlichen Schiffe mir In die Magengrube schlägt Und ich trau mich nicht zu expandieren Auf ne weitere Insel Und dann Sag bloß Die haben alle so Die haben ja alle so ein Ding Sind alle irgendwie Verseucht Auch hier unter Wasser Wieso kann ich schon unter Wasser Ich dachte erst wenn man einen Trimalan hat Kann man unter Wasser Die sind alle irgendwie verseucht Aber die können auch U-Boote angreifen Jetzt spielen wir Kaps und Maus U-Boote auch drei DPS pro Sekunde Die haben 300 Schaden Äh 300 Leben Und das hat 350 Leben Koloss hat 600 glaube ich Ne 800 Gut So unentschlossen Kenne ich sie gar nicht Ja ich hab kein Geld dafür Wieso krieg ich nur so langsam die Kohle Ich brauch mehr Geld Dieses Jahr hau ich die Ersparnis auf den Putz Und kauf uns auch so ne tolle Karre Tu das wenn du willst Ja Na los So Dann brauche ich jetzt ein weiteres Casino Am besten irgendwie so da rein Oder da rein Damit wir möglichst viele andere haben Ich mach das jetzt mal so Wie ich es eigentlich nie machen würde Nein 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 Scheiße falsche falsche Taste Ach du Heilige Energieversorgung mangelhaft Scheiße Das war Wollte ich nicht so machen Energieversorgung mangelhaft Ich bin heute irgendwie Total durch den Wind Irgendwie läuft's heute nicht so gut Mal schauen ob ich heute noch Assassin's Creed aufnehmen Vielleicht geht's mir da ein wenig Wie nicht besser Schauen wir da mal Ein weiteres Schiff Okay hat er uns wenig Geld gegeben Ja Gewalt war schon immer die Beste Ja Jetzt haben wir schon zwei Schiffe Dann lassen wir die immer bei mehr aufsteigen Ich glaub das war's jetzt Mehr lass ich nicht aufsteigen Euch gebe ich nochmal Damit ihr wieder mehr werdet Sehr gut Das Geldwachs wächst langsam wieder So Ich glaub jetzt dürften alle irgendwie da sein Wenn alles so bleibt wie es ist Kann ich damit leben Dann will der noch drei kleine Handelsschiffe von mir haben Ich schätze mal das sind die Eins, zwei, drei Dann fahren wir die einfach schnell zu ihm Fahrzeug fertiggestellt Eins Eins, zwei Registriere neues Fahrzeug Und die Nummer drei Fahrzeug fertiggestellt Dann cruisen wir mal Schön im Abstand zu dem Roten Zu dem Herrn unten So die müssten jetzt nach oben fahren Dann kann ich bis hier hinter durchfahren Und dann da hinten Kann ich dem Vorstand von unserem Erfolg Nichts anderes habe ich von Ihnen erwartet Okay Ich muss quasi über Gut Dann haben wir jetzt ein paar Ein paar Ein paar Ein paar Ein paar Ein paar Lizenzen bekommen Ihr Auftrag Schauen wir mal Politik Was haben wir denn hier Alle Produktionsgebäude In diesen Sektoren Nur Minus Nur den Energieverbrauch Ja das passt schon so Ich glaube jetzt geht es besser Mit der Munitionsverbrauch Jawohl Jetzt geht es wesentlich viel besser Mit der Munitionsabrik Gut Wie viel Eisen haben wir denn hier Auf der Insel Oh Nicht mehr so viel Das ist nicht gut Okay Dann legen wir die mal schnell still Damit wir ein wenig Eisen bekommen Weil Ich Wiefern bauen möchte Ach da brauchen die Ah falsche Schiff Haha Hä what Stahl Aber das braucht starke Und schwere Waffen Ach du scheiße Kolossus Aber das wird wichtig Ja und irgendwie muss ich jetzt an Erstmal Erdöl abbauen Ich bin ein Roboter Nicht mal Das war jetzt so Drei Ölbohrer Für eine Ölraffinerie Und eine Ölraffinerie Für eine Kunststofffabrik Gut Dann holen wir hier Ich kann nicht mehr sprechen Ach du scheiße Dann holen wir uns hier ein Plätzchen Wo wir uns Eins Na ich bin doch doof Wir haben hier gar kein Erdöl Ach nö Mensch Boah Ist ja bloß Ich muss mir jetzt bei dem Ein Trima rankaufen Sind sie angemeldet? Von Scanner bis Sonar Geht nicht Toll Wie soll ich dann Erdöl bekommen Haben die hier Erdöl? Nein Da ist auch kein Erdöl Dort auch nicht Da sowieso nicht Da ist ganz wenig Erdöl Nur 900 Da ist auch nur 900 Ne 1200 sogar Wieso hat denn meine Hauptinsel Kein Erdöl Das ist ja doof Wie soll ich das dann dann machen? Wie soll ich dann überhaupt Ingenieure bekommen? Die hat auch nur Und jetzt sogar noch weniger Erdöl Bescheuert Ach Und die hier Hat noch weniger Erdöl Ach Mensch Sind da vielleicht irgendwo Eine so versunkene Die haben mir alle so wenig Erdöl Wie soll ich das denn anstellen? Wahrscheinlich nur mit so Mini-Schiffen, oder? 10.000 so kleine Schiffe Oder ich musste mir die echt bei dem Typen kaufen Könnte ich ja eigentlich machen, ne? Ist zwar sau teuer, aber ich kriege ja Geld Dann lasse ich die mal weiterarbeiten Sooo Dann bauen wir hier noch Die Häuser weiter Und wieder sinken Damit die hier unten nachwachsen Sieh hier Und ich hab gar keinen Schnaps im Haus Natürlich hast du Schnaps Und nochmal bitte Und noch einmal bitte Noch einmal Was? Hab ich mich verguckt Und noch zweimal bitte Und jetzt einmal noch Jetzt anpasst's Und wieder hoch Gut Dann haben wir jetzt Eine so hohe Bilanz Dass wir uns hier dieses Und das Geld haben dafür Um uns dieses Stück hier zu kaufen Und das Cruisen wir hier unten rum Unten rum Bis dorthin Dann hoch zu unserer Insel Und dann außen rum Da rein Und da hinten rein So Genauso wie das Und das Dann Bauen Können wir uns hier so zubauen So Dann kommt da auch keiner durch Und die Schiffe sind schön gesichert Ich weiß das ist unnötig Aber Mir ist das so lieber Dann haben sie nämlich Einen Schutz Welcher Produktion eigentlich Schmelzwerk Achso Gut Dann können wir Weitere Sachen verkaufen Und zwar einmal Das hier Und das hier Und der hält sich Eigentlich zurück Wir gehen mal auf Piratenjagd Und vernichten Die beiden Schiffe Da oben Und fahren gleich Da wieder rein Damit das Schiff Repariert wird Sehr schön So säubern wir dann Nach und nach Die Küste Jetzt können wir wieder raus Fahren da runter Und greifen die hier an Warnung Fahrzeug unter Und Tester So Und schnell wieder zurück Und reparieren Fertig Jetzt haben wir hier schon Ordentlich Freigebaut Freigeschossen Gut Ein kurzer Blick Ein kurzer Blick auf die Uhr Ich bin doch doof Ich bin gleich wieder für euch da So Habe ich schon wieder vergessen Mir meinen Timer zu stellen Aber das Habe ich jetzt gemacht Na Blödes Handy Gut Ich würde sagen Dann Wie viele Schiffe Sind hier oben Zwei Achtung Produktionsstillstand Ja Ich würde sagen Dann Halt Halt Ihr bleibt nochmal dort Soll ich mir noch Ein Schiff Bauen Ja Ich baue mir nochmal So ein Schiff Hier kaufen Kann ich mir noch Kein neues Warte ich bis das Schiff Fertig gebaut ist Mit der Taktik Könntest du sogar Meinen Bruder Hector Beeintrotteln Gut Aber jetzt sind es Zu viele Schiffe Um alle da rein zu kriegen Oder Ne Das geht sogar Dann lass mal den noch Anlegen Und kaufen Gut Dann haben wir Wieder etwas mehr Geld Und fahren dort hoch Um die hier zu vernichten Warnung Fahrzeug unter Beschuss So Das nächste Schiff auch noch So Dann machen wir die hier noch schnell Warnung Auch dieses Schiff hat uns wieder Extra Zeit verschafft So Dann verschwinden wir gleich wieder In unsere Kuhle Um Reparieren Sehr gut Wie geht der Bevölkerung Die Bevölkerung ist zufrieden Das Ich verdrück mich Aber ich wollte eigentlich hier drauf drücken Das passt auch alles Sehr gut Also jetzt glaube ich Ist das gar nicht so schlecht Was wir hier machen Immer raus Zerstören Wieder rein Vielleicht können wir dann hier Einen Vorpost machen Der auch so aufgebaut ist Dass wir dann Hier Nicht mehr so weit zurückfahren können Und hier Schiffe bauen Und Ähm Den dann So als Vorschpunkt Äh als Als Stützpunkt Fertig machen Dann würde ich sagen Fahren wir weiter hinaus Um die hier unten kaputt zu machen Attacke Ah Der ist noch nicht kaputt Aber jetzt Gut Dann die hier noch Attacke So Registriere Angriff Auf eines ihrer Fahrzeuge Nachverklickt Und das Oh Ich sehe gerade Da kommt eine Flotte Und deshalb Verkriechen wir uns schnell In unser Netz In unser Reparatur Ding Und lassen die reparieren Und was machen die da Ha Hab ich dich angegriffen Gut Die ziehen sich wieder zurück Aber sie füllen die Die verlorenen Schiffe hier Nicht auf Warnung Okay Produktion gestoppt 31 Können wir ein neues Schiff Nein können wir nicht Können wir hier ein Schiff Nein können wir nicht Können wir hier ein Schiff kaufen Nein können wir nicht Ich hab Ibishisan Ist der eigentlich dabei? Nein Ibishisan ist nicht dabei Deswegen Können wir Keine U-Boote bei dem kaufen Das wäre nämlich auch noch eine Möglichkeit So dann haben wir hier oben zwei Und dort oben zwei Hier zwei Hier zwei Und dort zwei Eins Zwei 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 Dann machen wir das hier auch noch schnell weg. Genauso wie das. Und jetzt verziehen wir uns wieder zum Reparieren. Bevor seine große Flotte hier aus seiner Feste kommt. Alles repariert. Sehr gut. Zwei Schiffe könnten wir noch bauen. Das machen wir auch noch. Dann ist unsere Flotte wieder ein wenig größer. Weil solange wir hier keins kaufen können, ist das nicht so gut. Wie sieht es mit unseren Rohstoffen aus? Fisch ist gut. Spirituosen gut. Und das ist auch alles gut. Eisen haben wir viel. Aber ich glaube nicht, dass hier irgendwie was wächst. Denn hier wächst Tee und Reis. Kaffee, Obst, Gemüse und Trüffel. Das heißt, hier könnte ich... Aber da ist die Umweltbilanz so krass schlecht, ne? Was wächst hier? Zucker und Trauben. Gemüse. Warum soll ich mich beklagen? Bringt ohnehin nichts. Halt die Klappe. Genau. Erst schießen, dann... Ja, klar. So, ein erstes Schiff. Ein zweites kommt zugleich. Wenn du immer so drauf hältst, darfst du vielleicht doch bei den Neoskals mitwischen. Ja. Und zwar werde ich dir jetzt gleich mal wieder zwei Schiffe klauen. Dort, die da. Warnung. Fahrzeug unter Bischof. Ich frage mich manchmal, warum Schiffe immer weiblich in Namen, also weiblich sind. Zum Beispiel die Santa Maria von Kolumbus oder irgendwelche anderen Schiffe heißen alle irgendwie die. Die Städte sind eigentlich... Ich weiß nicht. Welche Person oder welches Geschlecht haben Städte? Ich weiß nicht, wie in Berlin... Der Berlin, das Berlin... Der, die, das... Weiß ich jetzt nicht. So, jetzt haben wir alle Schiffe getötet. Unversenkt, außer die uns, ähm... Unsere Handelsrouten blockieren könnten. Jetzt könnten wir uns überlegen, ob wir expandieren. Vielleicht... Ich würde halt auf eine Insel gehen, wo wir Gemüse anbauen können. Gemüse... Was war da? Da war Hartweizen und Mais. Hier war... Gemüse und Trüffel. Ich würde halt erst es diese hier nehmen. Oder, ne, ich brauche auch noch eine mit Öl, ne? Oder kann man das kaufen? Ist das dringend? Fertiggerichte kann man kaufen, aber... Items? Wir haben 266. Verstärkte Panzerung. Das wäre was für unser großes Schiff. Saatgut Gemüse. Kann ich denn hier ein Saat? Nein, kann ich nicht. Hat kein Slot frei. Was haben wir denn hier noch? Den einen? Ne. Sekunde, dann habe ich gesagt. Was hast du? Reparaturdrohne. Und mobiles Ziel- oder Angriffsreichweite. Das ist super. Das ist aber... Das könnten wir uns sogar kaufen. Ich glaube, das kaufe ich mir für unser dickes Schiff hier. Dann hat das mehr Reichweite. Man muss nicht immer so nah hinfahren. Sie wollen zu mir? Ich hätte gern das gekauft. Nun denn. Danke sehr. Der Wissenschaftsrat erwartet mich bereits. Und wieder zurück in unsere kleine Burg. Was verkaufst du denn für Items? Die unkontrollierte Freisetzung radioaktiven Materials hätte schreckliche Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem des Sektors. Von den zivilen Opfern ganz zu schwach. Ja, ja. Wir machen die jetzt fertig. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ein Blick auf den Countdown. Gut. Wir haben... 200... Soll ich da jetzt noch ein paar Häuser dazu bauen? Wie... Was sagen mal... Feuer. Feuer. Okay, der kommt dahin. Was sagen meine Items dafür? Äh, ich sag mal Items. Waren. Die sehen gut aus. Dann kann ich mir erlauben, hier noch... Mal... Ein paar Häuser zu bauen. Zack. 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 Ups. Nein, nein, ein. Alles schön... So. So, genau so. So habe ich das gerne. Zack. Zack. Zack to Zack. Und Straße außenrum. Und Straße außenrum. Gut. Dann müssen wir die Steuern ein wenig senken, damit da wieder Leute weiter einziehen. Und vielleicht steigt ja dadurch unser Schiffslimit. Dann können wir nämlich noch ein Schiff bauen. Ich schau mal nach. Ja, ja. Wir könnten sogar noch eins bauen. Wie viel braucht... Das verbraucht... Zeit. Okay. Und unsere Zeit ist abgelaufen. Dann wünsche... Ich sage ich... Vielen Dank fürs Zusehen. Wünsche viel Spaß beim Weitergucken. Beim weiteren Videos gucken. Und verabschiede mich. Roger und over.